Hi, ich bin die Veruschka vom Dakein Shop in Ottobrunn bei München und ich würde euch heute gern unsere Umhängetasche Turnpike vorstellen. Sie ist die ideale Tasche für eine lange Shopping-Tour. Die Dakein Turnpike Girls Handtasche kommt mit zwei praktischen Trageschlaufen, sowie mit stylischen Elementen in Lederoptik, als auch einen größenverstellbaren Schultergurt, der einfach abzunehmen, als auch wieder dran zu machen ist. An das geräumige Hauptfach gelangst du einfach und schnell mit einem Reißverschluss. Dort haben Magazine, ein Schminkkästchen, sowie auch ein Federmäppchen Platz. In einer mit Reißverschluss versehenen Innentasche verstaust du beispielsweise optimal deinen Geldbeutel, sowie in der anderen Stecktasche dein Parfüm, deine Digitalkamera oder in dem mit Gummizug ausgestatteten Fach dein Handy. Auch besitzt die Dakein Turnpike eine Fronttasche, um beispielsweise deinen Timer sicher wegzupacken. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, unsere Turnpike hat euch gefallen. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.